Moin Leute und herzlich willkommen zurück bei unserer Battle Battle Ready Reihe. Heute soll es um die Haut gehen von den Jacken und zwar haben wir zuerst Dark Hoth Flash, dann Flash Terras Red und zu guter Letzt haben wir Skeleton Horde und zwar unterscheiden die sich jeweils je nachdem welchen Felltypus die Orks haben. Ich habe hier für jedes ein Beispiel genommen. Ihr seht wir haben so eine Haut oder so eine ja eine ledrige Haut und dafür nehmen wir das Dark Hoth Flash. Wem der Farbton nicht gefällt der kann auch zu Gilliman Flash greifen oder zu Gorgrunter Fur. Aber ich persönlich hatte jetzt halt nur das Dark Hoth Flash noch greifbar und habe jetzt das genommen. Aber wie gesagt da seid ihr komplett offen. Ansonsten könnt ihr euch da natürlich auch irgendeinen Hauttypus überlegen. Das ist völlig egal. Streicht das möglichst aus dem Pott drauf damit ihr noch diese kleinen Pools habt. Das sieht auf dieser Rüstung besonders gut aus und ja das macht ihr bei allen Beast Snagger Orks die diesen 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 Westentypus haben sage ich mal. Und ich würde sagen dann gucken wir uns jetzt gleich nochmal den nächsten Typus an. Ja wir haben hier den nächsten. Wir nehmen hierfür das Skeleton Horde weil wir hier dieses Fell haben. Ihr seht das. Und ich finde persönlich das Skeleton Horde mit Fell richtig gut aussieht. Aber wie ich schon sagte ihr könnt da auch Gorgrunter Fur nehmen. Das ist halt auch eine Fell Farbe und passt ganz gut meiner Meinung nach. Aber ich habe kein Gorgrunter Fur deswegen habe ich Skeleton Horde genommen. Ja als drittes kommt dann noch das Flash Terrors Red. Das nehmen wir für den Panzer. Oder diese die Orks die den Panzer als Jacke tragen. Sieht so ein bisschen aus wie bei Bowser. Oder nicht Bowser. Doch Bowser heißt er. Von Mario. Aber ich fand eigentlich dass die Farbe ganz gut passte. Weil ja auch Rot unsere Komplementärfarbe zur gelben Rüstung ist. Und dementsprechend habe ich mich dafür entschieden. Ihr könnt da natürlich auch irgendwie eine andere Farbe nehmen. Also wenn es jetzt zum Beispiel eine Schildkrötenpanzer Haut sein soll. Könnt ihr da einen grünen Ton nehmen. Oder vielleicht so einen türkisfarbenen Ton. Da gibt es ja auch verschiedene von den Kontrastfarben. Beziehungsweise ihr könnt da natürlich auch genau wie bei der Schulter Airbrush Farben nehmen. Die funktionieren genauso. Allerdings braucht ihr dann wahrscheinlich zwei Codes. Und braucht noch irgendwas womit ihr shaden könnt. Und ja. Damit sind die Klamotten an den Orksits erledigt. Zumindest hinten die oder diese Brustrüstung. Und wir kommen zu den Lederparts der Kleidung. Das stimmt gar nicht. Bevor wir zu den Lederparts kommen. Machen wir natürlich noch die Dornen auf der Rüstung fertig. Die habe ich fast vergessen. Da benutzen wir einfach Black Templar, um schwarze Stacheln zu machen. Was ihr aber auch machen könnt. Ihr malt diese noch einmal weiß. Oder mit Grey Seer oder einem ähnlichen Off-White an. Und könnt da dann auch Skeleton Horde nehmen. Wenn das halt Dornen oder Knochenstacheln sein sollen. Ich habe mich jetzt hier für schwarze Stacheln entschieden. Einfach weil die Rüstung nur noch nicht wirklich viel Schwarz beinhaltet. Und ja. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Aber wie gesagt auch hier seid ihr wieder vollkommen offen. Ihr könnt das Black Templar aber auch direkt wie ihr hier seht. Über die. Über den Fleisch, den Rot und den Blauton. Äh und den. Äh oh Gott was war die dritte Farbe. Und den Knochenton. Äh natürlich drüber malen. Das ist kein Problem. Weil das ist halt die dunkelste Kontrastfarbe. Und die deckt immer. So jetzt aber. Wir machen jetzt mit den Lederparts der Rüstung weiter. Das ist zum einen die Hose. Das sind die Schuhe. Und das sind die Armbänder. Und das Lederband auf der Brust des Orks. Ähm dafür brauchen wir zum einen Snakebite Leather für die Schuhe. Dann Wildwood. Ihr seht ich habe mir hier den falschen Pott gegriffen zuerst. Weil ich unorganisierter Git hier einfach meine Farben nicht mehr finde. Und. Ja wir fangen an mit Wildwood. Ähm. Das wollen wir vor allem auf die Lederteile auftragen. Und auf die Hose. Ich persönlich finde die. Ähm finde das eine schöne Farbe für die ganzen. Äh oder für dunkles. Abgenutztes Leder. Das sieht man hier dann wenn es trocken ist. Das Problem dabei ist. Man sieht es auch bei mir. Je nachdem wie viel Farbe man nimmt. Man sieht immer so ein bisschen die Pinselstriche. Also wenn ihr Zeit sparen wollt. Macht es wie ich. Wenn ihr ein bisschen mehr Zeit habt. Nehmt euch lieber die Zeit und verdünnt die Farbe. Macht dann zwei Schichten. Das habe ich jetzt hier nicht machen können. Ähm. Weil ich die Orks für ein Spiel brauchte. Und ich die halt bemalt spielen wollte. Und ähm. Am Ende. Es fällt auf dem Tisch nicht auf. Aber wenn man die halt in die Hand nimmt. Sieht es ein bisschen besser aus. Dementsprechend würde ich euch eher empfehlen. Wenn ihr die Zeit habt. Und euch die Zeit nehmen wollt. Verdünnt es lieber. Und macht zwei Schichten. Dann sehen wir hier noch die Armbänder. Die auch bemalt werden. Das Emblem da drauf könnt ihr dann bemalen. Ich habe es jetzt nicht gemacht. Wenn man es auch am Ende nicht wirklich sieht. Ähm. Ähm. Aber ihr könnt da zum Beispiel auch wieder mit der Komplementärfarbe unseres Orks. Oder unserer Badmoons Rüstung in diesem Fall. Ähm. Einfach mit Rot diese Zeichen nochmal anmalen. Für diesen Fall würde ich Mephiston Red oder Scarlet Red von Walecho empfehlen. Mephiston Red ist von Cetaday. Und dann habt ihr da dieses Zeichen auch noch vorgehoben. Wie gesagt. Ich habe es jetzt nicht gemacht. Aber wenn ihr das machen wollt. Ist das natürlich völlig in Ordnung. Dann sehen wir hier bemale ich gerade. Den Lederriemen vorne und hinten auf der Brust. Das geht ganz einfach. Selbst wenn ihr. Das hatte ich ja im ersten Video schon gesagt. Selbst wenn ihr übergemalt habt. Die Farbe deckt. Weil sie viel dunkler ist. Und da gibt es überhaupt kein Problem. Was ihr allerdings vermeiden solltet. Ist mit dem Whitewood auf die gelbe Rüstung zu malen. Weil das wird schwierig das wieder runter zu kriegen. Weil die einfach wirklich so stark deckt. Ähm. Sollte das passieren. Lasst die Farbe trocknen. Und geht da nochmal mit ein paar Schichten gelb rüber. Und dann habt ihr das irgendwann auch abgedeckt. Oder ihr geht auf Nummer sicher. Und malt erst die Schulter wieder weiß. Und dann geht ihr nochmal mit gelb drüber. Aber am einfachsten ist es wenn ihr aufpasst an diesen Stellen. Vergesst auch nicht den Waffengriff des Choppers. Der war mir hier noch aufgefallen. Und der muss natürlich auch einen Ledergriff haben. Als Beast Snacker. Und dementsprechend kriegt der Chopper auch nochmal eine Schicht mit Whitewood. Und dann kommt jetzt die Lederstiefel mit Snakebite Leather. Das ist relativ easy. Deswegen zeige ich das hier auch nur kurz. Einfach die Lederstiefel mit Snakebite Leather anmalen. Und ihr habt dann ein schönes ledernes Finish. Und die heben sich ein bisschen von der Hose ab. Das war mir eher am wichtigsten. Ihr könnt natürlich das auch umdrehen. Das Farbschema. Dass ihr Snakebite Leather für die Lederteile wie den Riemen und die Hose nehmt. Und dann Whitewood für die Schuhe. Das geht natürlich auch. Aber ich persönlich war eher ein Fan davon das so rumzumalen. Außerdem habe ich hiermit dann auch noch den Gürtel bemalt. Und die kleinen Täschchen die die Orks tragen. Das kann ich euch auch nahe legen. Das gleich in einem Abwasch mitzumachen. Ihr könnt natürlich auch eine andere Farbe nehmen. Aber am Ende soll ja irgendwie biestig aussehen. Und ich finde da passt das einfach am besten. Ja und das war es für diesen Teil. Als nächstes widmen wir uns dann den metallischen Parts des Modells. Da habe ich mir eine bestimmte Mixture überlegt. Die ich ganz geil finde. Die werde ich mit euch teilen. Ja und ich würde sagen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Oder hören wir uns im nächsten Podcast. Schaut bitte bei unseren Partnern vorbei. Bei den Hildeshammer Gelegenheitswürfeln und bei Schock 2. Und ich würde sagen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.